Romatra, wirst du jetzt amtlich hier hingerichtet, Romatra. Stirb! Schön, dass ihr alle hier seid, meine Freunde. Es ist absolut, absolut geil. Wir spielen heute wieder Minecraft, dachte ich. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal in den Server rein. Wir machen uns heute eine OP-Rüstung, meine Freunde. Und ich wollte ja noch diesen einen Villager hochzüchten. Das hat ja letztes Mal nicht ganz so funktioniert. Genau, ich möchte heute eigentlich sogar anfangen, eventuell das Haus zu bauen, beziehungsweise mein Haus zu bauen, meine Freunde. Und Villager züchten, na, ganz wichtiger Hase. Geil! My Max kommt jetzt auch im Moment. Geil! Wie war es gestern? Cybergen Impact One Tour, äh, Impact One wahrscheinlich, oder? Cybergen Shockwave Tour war insane. Hat richtig krank gebockt. War eine richtig leckere Angelegenheit. Autobahn, maximal geil, Alter. Unser Katzenkatapult hier hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Achtung! Die Katze ist in die Luft katapultiert worden. Mir geht es unserem Netherman, Strandman. Ganz genau, Strandman hier, dein tägliches Opfer. Werdeschön. So, ganz wichtig, Strandman muss jeden Tag ein Opfer von uns erhalten. Geh mal zu Mindmax neuer Farm. Glaubt ihr, das hat funktioniert? Also diese, diese Müllfarm, die er da gebaut hat. Oha, okay. Das sieht advanced aus, tatsächlich. Actually, gar nicht so bad. Gut, hier vorne. Weiß ich nicht, warum hier vorne die Observator nicht auslösen. Keine Ahnung, da hat Max wieder irgendwas falsch gemacht. Ja gut, das funktioniert ja toll hier, diese Farm, ne? Also, welche neue Farm meint ihr denn? Die hier? Ja, also, das wird ja alles Spark hier gebaut haben, oder? Das wird ja nicht Max selber gebaut haben hier, also. Ja, ja klar, das ist auf jeden Fall hier eine Spark Contraption, Alter. Die ist so umständlich hier, die Farm, also. Die hat aber auch diese Farm hier einfach 20 Mal gebaut, ne? Und so effektiv ist der Bruder hier nicht. Ey, keine Ahnung, was ein Max hier wieder gemacht hat, Alter. Aber ich bin der Meinung, dass wir Trimax eigentlich noch hinrichten müssen. Denn Trimax hat ja mein Pferd entführt und mein Pferd tatsächlich misshandelt. Trimax hinrichten, finde ich, finde ich immer noch eine gute Idee. Sollten wir tun. Wir sollten Trimax gleich durch Tod durch Amboss mal hinrichten. Das machen wir einfach, dann richten wir Max durch den Amboss Tod hin. Hallo Max. Na, was geht's? Na, äh, wie geht's dir, Mensch? Sehr gut, ich hab richtig Bock, ne? Ja, du hast mein Pferd ja getötet letztes Mal. Äh, nein, das ist falsch. Ähm, also, weiß ich jetzt nicht. Ist schon, schon akkurat, sag ich mal, die Aussage. Äh, es ist total falsch. Ich hab dein Pferd nur geritten und Romantra hat es hingerichtet. Gut, einer von euch beiden wird heute hingerichtet durch einen Amboss Tod. Ist ein klassischer Weg in Minecraft, sag ich mal, Lebewohl zu sagen. Max? Ja, 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 ja. Bin ich, bin ich total dabei. Warten wir, bis Romantra wiederkommt. Jetzt ist die Eva spätet. Das ist die gerechte Strafe zusätzlich. Und dann, äh, machen wir das so. Sehr schön. Guter Einfall von dir. Also, du willst Romantra hinrichten dafür. Mir ist es egal, Hauptsache, jemand stirbt. Ja, ja, nee, nee, das ist, das hat er sich schon. Das hat er sich schon. Äh, weiß er auch. Ja, da ist er noch vorbereitet. Also, ich bin ja der Meinung, dass du daran schuld bist, dass mein Pferd tot ist. Ich hab es nur geritten. Ja, aber du, du wägst extrem viel, Max. Ja, stimmt. Aber so ein berittener Bogenschützer hat noch nie jemanden geschadet. Nee, 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 Bruder, warte. Hast du gesehen, dass du ein geiles kann? Nee, weiß ich nicht. Ist mir egal, was du kannst mit deiner Kaktusfarmen. Ach, Mann, das ist Bugcraft, Alter. Wo ist das Pissboot hier denn jetzt? Ach, Mann, ey, ich könnte kotzen hier. Nee, ich bin Rewi, Sch***. Ey, du Piss-Villager. Lass den Hals in Ruhe. Mann, du Asozialer, ich bring dich jetzt um. Es wird gleich ein Mensch hingerichtet, und zwar dieser Villager hier. Geh in das Boot jetzt wieder rein. Dankeschön. Und jetzt wird getradet, du Penner. Du Penner. So. Perfekt. Brauche ich nicht. Curse auf Beine, was für eine Müllverzauberung. Ja, bitte. Silk-Touch-Verzauberung? Die holen wir uns. Bist du ein großer Silk-Touch-Fan? Weiß ich gar nicht, ob das so heißt. Ich mach ein Intro, dann fangen wir an, ja? Du mit deinen Sch***-Intros. Hast du keine Möglichkeit, einfach das Cool zum... Wieso? Wie machst du es denn? Du bist das Nachhinein auch? Ich mach einfach drauf los, Alter. Das ist nämlich die Realness, die bei mir ist. Moin, Leute. Haben wir 2014, Alter? Einfach mal schön die Leute ins Geschehen reinsliden lassen. Du hast ein 2014-Intro. Was hab ich? Ich weiß doch nicht mehr, was du sagst. Bitte, was hab... Sorry, sorry. Hab ich dich da gerade richtig verstanden, Max? Du hast ein 2014-Intro. So, Max. Und jetzt kriegen wir Blei... Also, da kriegen wir... Silke-Pier heißt es. Silke-Pier. Wir beide kriegen gleich ein Problem. Äh, was sagst du eigentlich in deinem Intro? Ich weiß es gar nicht. Ganz simpel. Was ist das? Was ist das denn? Wie, was ist das? Was heißt das denn? Ja, ist ein guter... Wir verstehen uns. Dann ist klar. Ja, klar. Und was heißt das auf Deutsch? Das sag ich dir nicht. Ist geheim. Ne, das ist tatsächlich... Das ist tatsächlich multibilingual. Also, das ist was... Ähm... Das ist, äh... Auf verschiedenen Sprachen heißt es... Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Ausrufezeichen Prime. Das ist das... Auf... Transhilfe war nicht, Alter. So, und mir reicht's. Oh mein Gott. Hier ist zwei Creeper. Was für Creeper? Welche? Explosionscreeper. Alter. Kommst du klar, oder brauchst du Hilfe? Hier ist, äh, eine Spinne. Ja, gut. Aber ich habe gelernt, die greift mich tagsüber nicht an. Mhm. Tagsüber greifen die nicht an. Aber ich greife tagsüber an, Digga. Alter, Maschine. Solide Ansage. Hab ein fermentiertes Spinnenauge bekommen. Lecky. Gut, äh, Max. Ich möchte heute Villager vermehren, ja? Geil, Mann. Ich habe heute auch einen Plan. Ja, gut. Dann werden wir gleich, also, Romatra hinrichten, ja? Ja, auf jeden Fall. Der ist ja so dumm, ne? Ich sag so, Digga, wann kannst du zocken? Und er so, ja, ich kann immer zocken. Ich bin nur am Harzen. Und dann pennt der Typ immer bis 17 Uhr und hat nie Zeit. Was für ein Lapp. Bayern hat noch Ferien. Ja, sag ich ja. Hä? Alter, Romatra, der, 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 der ewige zu spät, komm mal. Kommt zu spät. Penner, Romatra. Ich liebe es. Es ist aber auch wenig gut. Ich finde es aber auch gut, dass zwei seriöse YouTuber dabei sind und dass man auch immer einen Penner dabei hat. Romatra? Ja? Du wirst heute hingerichtet. Ja. Wir haben uns ja auch nochmal angeguckt. Ja. Ich bin zwar Rivis Pferd geritten, aber du hast es mit dem Bogen erschossen. Klar hast du erschossen. Was? Du triebst sogar zu? Okay. Hinrichtung. Hinrichtung, Max. Romatra, ich habe jetzt einen Silke Peer Villager gemacht. Oh, irre. Irre. Irre, ja? Das ist ja echt Irre. Alter, Irre, Junge, Irre. Wer kennt es nicht? Digga, Minecraft machst du viel Laune, ne? Alter. Ich habe eben wieder Fortnite gespielt. Boah, ich hätte kotzen können, wa? Alter. Habe ich mit der Weif, wenn ich du wäre, aufgenommen und, oh Junge. Also da kann ich nur Shoutout an meine Sch***-Community geben. Das wird wieder eine echt ekelige Geschichte. Aber darüber reden wir jetzt gar nicht, sondern einfach darüber, wie bad Fortnite geworden ist, Leute. Aber ich call, ich call, ich call. Hörst du mich? Es kommt zurück. Es gibt einen Comeback. Natürlich gibt es einen Comeback und wir werden es auch irgendwann wieder enjoyen. Aber gerade ist es halt Minecraft, was wir enjoyen. Hier vorne wird eine schöne Ambossstelle gebaut. Und Romatra, du darfst dich glücklich schätzen, dass du mit einem Amboss hingerichtet wirst, ja? Immerhin. Ich durfte, ich werde immer nur vom Bogen erschossen. Richtig. Romatra, es tut mir leid, aber ganz ehrlich, mein Pferd, das war mir wichtig. Und ich habe es auch noch gesagt, Digga, pass aufs Pferd auf, pass aufs Pferd auf. Und was machst du? BAM! Tod. Du hast es doch geklaut, Max. Weiß ich nicht mehr, wir müssen hier irgendwo ein rechtschaffendes System haben. Und das kann nicht jeder machen, was er will. Romatra, wie viel Level hast du? Äh, 19. Schade, oder? Ich würde sagen, ich baue jetzt den Hinrichtungsapparat, Romatra. Ja, warte, lass mich kurz Sachen einräumen. So, Romatra, willst du mir helfen bei deiner eigenen Hinrichtung? Das macht es für uns alle ein bisschen erträglich. Das würde ich geil finden, er muss sich sein eigenes Grab schaufeln. Alter, we... Ich finde, wir sollten dann auch ein Grab für ihn bauen. Wir richten ihn eh auf den Friedhof hin. Lass ihn auch wieder sein eigenes Grab schaufeln, das würde ich geil finden, irgendwie. Das hat was. Romatra, möchtest du vielleicht ganz kurz mir einen Gefallen tun und mir Redstone bringen? Ich brauche Redstone und das war es eigentlich. Max muss eigentlich noch super viel Redstone haben. Ein Grab hat er nicht verdient, schreibt meine Zuschauer. Alter, das ist eine Ansage. Ich mache hier vorne einen Dorfplatz hin bei den Villagern und da steht da noch der Amboss, durch den dann hingerichtet werden wird. Ich bin so ein krass guter Minecraft-Spieler geworden auf einmal. Es heilt sich wirklich in Grenzen, Max, ehrlich. Ich brauche mal einen Hebel. Ja. Ich bin so ein krass guter Minecraft-Spieler geworden. Wie baut man einen Hebel? Romatra, guck mal, die Hinrichtung ist ja nicht schlimm. Es ist ja eher ein symbolischer Akt. Symbolisch? Du hältst das Maul. Allein dafür wirst du hingerichtet, Junge. So, Leute, schaut euch mal diesen Dorfplatz an. Insane schön. Wenn ihr reinschaut zum Dorfplatz, dann haut ihr euch einer rein. Geil, Alter. Das ist ein richtig geiler ritueller Zirkus hier, Digga. Romatra, bist du bereit? Kann losgehen. So, das wird die lustigste Hinrichtung der ganzen Welt werden, Alter. Hinrichtung. Geil, Alter. Geil, endlich wieder einen Menschen hinrichten. Genau, Romatra, da bleibst du stehen. Hör auf, den abzubauen. Du diebische Elster. Max, wenn du es sehen willst, kommst du jetzt. Digga, ich bin... Das ist gerade das Beste, was ich in Minecraft jemals gemacht habe. Ach, du lügst. Ich richtig gerade einen Menschen in Minecraft sehen. Das ist das Beste, was man machen kann in Minecraft. Komm, du fängst mir eine Minute, ich will kurz überprüfen. Romatra sitzt genau eine Minute runter. Oh, ist das geil. Darf ich den Schalter drücken? Auf keinen Fall. Die genug tun, nimmst du mir wohl nicht. Er hat mein Pferd getötet. Ich bin ein richtig guter Henker. Nein, was bist du für ein Mensch, Junge. Du bist mit daran schuld, dass mein Pferd tot ist, du Assi. Ja, du hast auch wieder recht. Was seit Monaten nichts frisst, das schenke ich dir. Alter, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Amboss. Bro. Ja. Ich dachte, das ist irgendwie eine Metapher. So. Das sind ja locker 50 Meter, wo das Ding runterrast. Alter, Romatra, komm da weg, das ist tödlich. Wer da drinsteht, was bist du überhaupt? Nussknacker oder was? Junge, ich bin Stahlin, lass mich in Ruhe. Sekunde, Sekunde. Copyright. Free Heroic. So. Holy fuck. Achtung. So. Romatra. Das ist so traurig, kann ich dafür wenigstens bleiben. Romatra, du bist ein gottverdammter Verräter. Nein, bin ich nicht. Und du bist dafür verantwortlich, dass mein Pferd gestorben ist. Nein, das ist Mörder. Du hast mein Pferd mit Mörder. Mörder. Du hast mein komplettes Pferd mit Pfeil. Hey, zurückkommen. Romatra. Romatra, wenn du mir das jetzt nimmst, dann werden wir Krieg haben. Komm zurück. Du weißt doch, was hier für ein Krieg ist, ne? Romatra, komm zurück. Du Stahlin, stell dich jetzt da hin. Geh da hin, ich nehme alles zurück. Du weißt, wie Krieg aussieht, Romatra, ne? So, Romatra. Du hast den Pfeil, du hast den Pfeil in den Pferdekopf gerammt. Romatra, den emotional grief, den du mir gegeben hast, den unglaublichen Schmerz, den Verlust meines Pferdes, weil du Stahlin auf mein Pferd geschossen hast. Steak. Romatra, wirst du jetzt amtlich hier hingerichtet, Romatra. Tod durch Ambus möge dich ereilen, Romatra. Gestehst du deine Taten ein, Romatra? Steak, steak. Ob du deine Taten eingestehst? Niemals. Du Schwein. Fucking mal. Stirb. Nein. Ja. 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 Geil, Junge. Ja. 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 Der Mörder ist weg. Ja. Geil, Alter. Oh, ist das geil. Das müssen wir jetzt alle 10 Minuten machen. Einfach nur geil, dafür Ressourcen zu verschwenden. Für so einen Sch**. Ich würde sagen, wir machen mal so ein Community-Event. Ich habe ja noch einen Server. Können wir unsere Communities gegeneinander irgendwie antreten lassen? Genau, das wollte ich gerade drauf. 50 aus deiner. Genau das will ich gerade sagen. Ich habe ja einen Server. Einen Revi-Server. Oh, das wäre geil. Und da können wir 50-50 Teams machen, Alter. Ja, da kann man sagen, man hat nur ein Leben. Mhm, klar. Ja, aber nicht so 50, so richtig auf Seiten aufgeteilt. Ja, ja. Battle Royale, Captain of the Flake, was willst du haben? Die haben einen Spawner. Und wir holen auch möglichst viele Influencer ran. Okay, welcher Spielmodus? Bad Wars, Survival Games? Survival einfach nur. Wer stirbt, ist raus. Man kann ganz normal auf einer Welt wie jetzt so. Nehmen wir mal an, wir wären drei Lager. Du willst also Varro spielen. Nein. Wo Matra reagiert, ist es so lange, was wir hier haben. Und woanders haben drei andere einen Lager. Und wir können jederzeit mit Pferden und als berittene Bogenschütze, die rüberkommen, richtig Radau machen, was kaputt machen, alles anbrennen und so. Und wenn einer tot ist, dann ist der raus. Ja, das ist Varro. Echt? Ja. Warte, Max, Max, Max. Nein! Was? Ich weiß auch so. Ey, könnt ihr mal das Maul halten, Alter? 62. Mann, ich verstehe dieses Spiel nicht, Revi. Ihr erklärt mir auch nichts. Ich mache alles falsch, seit Wochen. Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Das hat mich Level gekostet. Ja, weil du dumm bist. Leute, ganz ehrlich, Sharpness... Hallo! Guck mal, wir könnten jetzt hier ein OP-Schwert machen mit Sharpness 5. Aber wir brauchen dafür 62 Emeralds. Was sagt ihr? Komm schon, gebt mir Protection, Bro. Es ist wie Gamble hier. Also ich mag gerade Casino-Stream, Junge. Ach, Alter, ich weiß nicht... Ich fange an, mit meinem Haus zu bauen, Alter. Leute, ich glaube, ich baue, ich baue, ich weiß schon, aus welchem Material ich baue. Ich weiß auch schon, wie ich baue. Und ich werde ein richtig krankes Haus bauen, was insane gut aussieht. Und ich werde, ähm, alles stompen mit meinem Haus. Ich baue das nämlich da, wo gerade dieses Ambus-Feld ist von MyMax. Das reißen wir ab. Nein, das ist hier... Ja. Der ganze Strand gehört mir.